Die Diamantensaga von Nikolaj von Michalewski Teil 6 Der verrückte Kanadier Bis in den Zweiten Weltkrieg hinein galten die Fundstätten von Kimberley in Südafrika als das größte und ergiebigste Diamantenvorkommen der Welt. The Pierce Consolidated Mines, die stärkste Gruppe in der Diamond Corporation, dem Interessenverband der Diamantenschürfer, beherrschte den Markt und diktierte die Preise. Aber schon im Jahre 1936 wagte ein junger Angestellter dieser Gesellschaft an der Dauerhaftigkeit ihrer Vormachtstellung zu zweifeln. John Williamson, Sohn eines kanadischen Holzfällers, studierter Geologe, entwickelte neue, eigenwillige Ideen und scheute sich nicht, sie seinem Chef vorzutragen. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus, Williamson? Hören Sie auf, sich in Andeutungen zu ergehen und spucken Sie es aus. All right, Sir. Ich behaupte, dass wir hier in Kimberley nur unsere Zeit und unsere Arbeitskraft vergeuden. Hier in Kimberley? Williamson, Sie machen mir Spaß. Auf der Suche nach den Diamanten wühlen wir uns wie die Maulwürfe durch das Gelände. 50 Meter tief, 100 Meter tief, 200. Sir, ich frage Sie, warum holen wir uns die verdammten Steine nicht dort, wo sie an der Oberfläche herumliegen, wo man sie nur aufzusammeln braucht? Ach, so etwas gibt's? Es muss diese Stelle geben, Sir. Und ausgerechnet Sie als einziger Mensch auf dieser Welt wissen, wo diese Stelle zu suchen ist? Ja, ich glaube, ich weiß es wirklich, Sir. Sehen Sie, die großen Diamantenlager dieser Erde ziehen sich zu beiden Seiten des Äquators hin. Südamerika, Madagaskar, Australien, Indien, Ceylon, Borneo. Das sind die Fundstätten. Und Südafrika. Und damit, mein lieber Williamson, ist Ihre schöne Theorie bereits widerlegt? Nein, Sir, das ist sie nicht. Nach meiner Meinung ist unsere Mine hier nichts als eine Ausstrahlung. Sozusagen die verlängerte Ader eines Diamantenfeldes, das dicht am Äquator liegen muss. Ich habe die Sache genau berechnet und dabei bin ich darauf gekommen, dass das Ergebnis mit einer alten Überlieferung übereinstimmt. Sir, ich bin den Diamantenfeldern der Königin von Saba auf der Spur. Nun machen Sie mal einen Punkt, Williamson. Sir, Sie dürfen mir glauben. Die reichsten Diamantenvorkommen der Welt sind am Viktoriasee zu suchen, in Tanganyika. Ausgerechnet Tanganyika. Williamson, ist Ihnen eigentlich bekannt, dass unsere besten Leute in Tanganyika jahrelang nach Diamanten gesucht haben? Wir haben ein paar Millionen Pfund in das Unternehmen investiert. Und das Resultat? Nichts als Geröll und Kieselsteine. Von Diamanten keine Spur. Sir, ich gehe jede Wette ein. Sie vertrödeln nur meine und ihre Zeit, Williamson. Schlagen Sie sich die Sache aus dem Kopf. Ihre Leistung lassen ohnehin zu wünschen übrig. In diesem Fall, Sir, bitte ich Sie um meine Entlassung. Williamson, wissen Sie überhaupt, was Sie da sagen? Vollkommen, Sir. Ich werde beweisen, dass ich Recht habe. Das zweite Kapitel dieser Story entnehmen wir dem Tabora Monitor, einer inzwischen eingegangenen Zeitung, die damals in Tabora, gelegen an der Eisenbahnlinie von Dar es Salaam zum Tanganyika-See, herausgegeben wurde. Unter dem Datum vom 2. Juni 1936 veröffentlichte sie folgenden Bericht. Diamanten in Tanganyika, der kanadische Geologe Jay Williamson will mit einer Ein-Mann-Expedition beweisen, dass in der Umgebung des Viktoria-Sees reiche Diamantenlager vorhanden sind. Bei diesem Unternehmen, dessen Gelingen von namhaften Experten ernstlich bezweifelt wird, wird der auf den Spuren der Königin von Saba wandelnde Kanadier von einer hiesigen Bank finanziell unterstützt. Wie es heißt, soll sich Williamson anheischig gemacht haben, innerhalb eines halben Jahres den Beweis für seine Theorie zu liefern. Sieben Monate später veröffentlichte das gleiche Blatt einen zweiten Bericht über Williamson, diesmal überschrieben mit Was geschah mit Williamson? Und weiter hieß es Der kanadische Abenteurer muss als verschollen betrachtet werden. Zuletzt wurde er vor einem Monat gesehen, als er mit seinem Wagen in die Sandwüste südlich des Viktoria-Sees vorstieß. Aber Williamson war nach Tabora zurückgekehrt, schmutzig, unrasiert, krank. Sein erster Weg führte zur Bank. Robert G. Russell, der Direktor der Bank, empfing Williamson sofort. Was denn passiert? Williamson, wie sehen Sie denn aus? Das verdammte Fieber hat mich erwischt. Es war die Hölle da draußen. Sand, Sonne und dazu das Fieber. Ja, ich dachte schon, ich, äh, naja, da bin ich nun wieder. Wenn Sie nicht mit leeren Händen kommen, Mr. Williamson, ist ja gut. Wenn Sie an Diamanten denken, ich habe keinen einzigen. Sie wollen doch nicht sagen, dass alles umsonst war. Ja, Mr. Russell, ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass meine Theorie richtig ist. Die ganze geologische Struktur des Landes deutet darauf hin, dass Diamanten vorhanden sein müssen. Viele Diamanten. Theorie. Auf die geologische Struktur pfeife ich, Mr. Williamson. Ich bin einzig und allein an Diamanten interessiert. Ich habe Ihnen tausend Pfund gegeben. Ja, 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 und Sie werden mir noch einmal tausend Pfund geben müssen, Mr. Russell. Das ist nicht ein Penny, bekommen Sie mehr von mir. Ich weiß jetzt schon nicht, wie ich diesen Kredit vor unseren Aktionären verantworten soll. Das wird mich meine Stellung kosten, wenn es herauskommt, in was ich mich da eingelassen habe. Mr. Russell, Sie bekommen Ihr Geld ja zurück. Alles, was ich brauche, ist Geld und Zeit. Ich bin voreilig gewesen, zugegeben. Na ja, ich kannte das Land nicht. Ich hatte keine Ahnung von den Schwierigkeiten dort. Ach, kann ich eine Zigarette haben? Es ist eine Ewigkeit her, dass ich zuletzt eine geraucht habe. Eine Zigarette kann Sie haben. Aber auch nicht mehr. Danke. Nehmen Sie mein Wort als Anzahlung, Mr. Russell. Die ganze Gegend steckt voller Diamanten. Ich muss sie nur noch finden. Das haben Sie schon vor einem halben Jahr gesagt. Ja, und das stimmt noch immer, Mr. Russell. Was sind denn tausend Pfund, wenn man ein Vermögen dafür zurückbekommt? Also, wenn Sie mir wenigstens einen Beweis geliefert hätten. Einen einzigen Diamanten. Der Beweis, der ist hier, in meinem Kopf. Ach, Williamson. Also gut. Ich will es noch einmal riskieren. Aber es ist das letzte Mal. John Williamson rüstete zu seiner zweiten Expedition. Ein neuer, geländegängiger Wagen wurde gekauft. Verpflegung und Munition wurden verladen. Diesmal wollte Williamson nicht allein reisen. Der Begleiter, den er sich für das Unternehmen ausgesucht hatte, hieß Sam und war eine deutsche Docke. Aber bevor Williamson aufbrechen konnte, bekam er überraschenden Besuch. Ein Unterhändler aus Kimberley suchte ihn auf. Noch ein Whisky, Williamson? Danke, einer genügt. Ich denke, Sie lassen die Katze jetzt aus dem Sack. Warum ist man in Kimberley so sehr daran interessiert, wie es mir geht? Williamson, Sie sollten endlich Vernunft annehmen. Ihr Streit mit dem Chef ist vergeben und vergessen. Kommen Sie zu uns zurück. Mal hier, jagen Sie doch nur im Hirngespinst nach. Hm. Um das zu sagen, kommen Sie eigens aus Kimberley hierher? Interessant. Ja, der Chef möchte, dass Sie wieder bei uns anfangen. Er hält einen Direktorenposten für Sie bereit. Sagen Sie ihm, ich ziehe es vor, Direktor eines eigenen Unternehmens zu sein. Ach, immer noch die alten Träume, Williamson? Ich bin dabei, das reichste Diamantenlager der Welt ausfindig zu machen. Nun, der Chef hat mich einmal für einen Phantasten gehalten. Nein. Na ja, lassen wir es dabei bewenden. Sie können mich nicht überreden. Und wenn Sie mir ganz Kimberley auf dem Tablett präsentieren... Überschlafen Sie es erst, Williamson. Eine solche Chance bekommt man nicht jeden Tag. Sagen Sie dem Chef, dass es nur drei Möglichkeiten gibt, mich aufzuhalten. Erstens kann er versuchen, mir zuvor zu kommen. Aber das schafft er nicht. Wer immer von ihm losgejagt wird, muss einen Haufen Berechnungen anstellen. Ich habe diese Arbeit hinter mir. Zweitens kann er versuchen, Tanganyika zu kaufen. Damit dürfte er kein Glück haben. Und drittens... Und drittens? Die dritte Möglichkeit ist, dass er einen Burschen mit Revolver auf mich ansetzt. Bevor ich fündig werde. Und bevor ich seine Preise unterbiete. Gehen Sie jetzt nicht ein wenig zu weit, Williamson? Wir sind doch keine... keine Gangster. Nein? Nun, ich bin auf alles gefasst. So, und jetzt sehen Sie zu, dass Sie nach Kimberley zurückkommen. Mit mir ist kein Geschäft zu machen. Williamson brach wieder auf. Und wieder tauchte er unter in der Gluthölle der Wüste südlich vom Viktoria-See. Seine Suche nach Diamanten in der Nähe des Sees ging weiter. Er unternahm Expedition auf Expedition und immer war es das gleiche Resultat. Nichts. So kam der Tag, an dem ihm der Bankier Russell endgültig die Kredite sperrte. Das Kesseltreiben gegen Williamson war eröffnet. Wer immer dahinter steckte, erließ kein Mittel unversucht, um den Kanadier zu Fall zu bringen. Williamson suchte weiter. In Europa brach der Zweite Weltkrieg aus. Der Mann aus Kanada kehrte von seiner neunten Expedition nach Tabora zurück. Hier erwartete ihn schon der Polizeichef. Augenblick mal, Williamson. Was gibt's, Sergeant? Nur eine kleine Formalität. Mir ist da so ein richterlicher Beschluss auf den Schreibtisch geflattert. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen das sagen soll. Hör mal raus damit. Ich glaube, mich überrascht bald gar nichts mehr. Na? Beschuldigt man mich des Diebstahls, der Trunkenheit, der Erregung öffentlichen Ärgernisses? Nun? Schlimmer, Williamson. Man will Sie auf Ihren Geisteszustand untersuchen lassen. Auf meinen Geisteszustand? Sagen Sie mal, soll das heißen, dass Sie mich für verrückt halten, Sergeant? Ich tue nur, was mir aufgetragen wird. Ja, und ich habe dafür zu sorgen, dass Sie sich einer psychiatrischen Untersuchung unterziehen. Man will mich also für verrückt erklären oder in eine Zelle sperren. Hübsch ausgedacht. Davon kann doch gar nicht die Rede sein. Alles, was man von Ihnen erwartet, ist, dass Sie sich untersuchen müssen. Ja, 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 ja. Und zehn Minuten später stecke ich in der Zwangsjacke. Sergeant, ich spiele nicht mit. Sorry, Williamson, aber ich habe meine Befehle. Wenn Sie nicht freiwillig erscheinen, muss ich Sie vorführen. Was ist denn schon groß dran an einer Untersuchung? Wenn Sie gesund sind, haben Sie doch gar nichts zu befürchten. Na, und wenn bei Ihnen wirklich was nicht stimmt, kann es doch nur in Ihrem Interesse sein, dass man Sie auskuriert. Seien Sie vernünftig, Williamson. All right, Sergeant. Ich werde mir die Sache durch den Kopf gehen lassen. Drei Tage später hieß es im Tabora-Monitor... ...gibt Williamson auf. Der kanadische Geologe John Williamson, der seit über drei Jahren in der Umgebung des Viktoriasees nach Diamanten sucht, hat Tabora mit unbekanntem Ziel verlassen. Es besteht Grund zur Annahme, dass er sich einer Untersuchung seines Geisteszustandes, wie vom Gericht verordnet, durch die Flucht zu entziehen versucht. Der Beschluss war ergangen, weil festgestellt werden soll, ob Williamson, der von einer hiesigen Bank einen höheren Kredit bezogen hat, bei Abschluss des Vertrages im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte gewesen ist. Aber schon drei Wochen später war Williamson wieder in Tabora. Sein erster Weg führte zur Polizei. Hallo, Zertzend. Hallo, Williamson, Sie? Ja, aber nicht mit leeren Händen. Da, lesen Sie mal. Tonerwetter, ein ärztliches Attest. Ausgestellt von einem Psychiater in Dar es Salaam. Der Mann hat seine Kapazität auf seinem Gebiet und er hat unseren Ärzten hier etwas voraus. Er ist objektiv und unvoreingenommen. Naja, die Untersuchung hat mich zwar etwas gekostet, aber dafür habe ich es jetzt schwarz auf weiß. John Williamson ist genauso wenig verrückt wie Mr. Russell oder ein gewisser Sergeant. Ja, lesen Sie. Ja, schicken Sie den Wisch ans Gericht und geben Sie bekannt, wer immer mir ans Leder will, er muss sich nun etwas Besseres einfallen lassen. So leicht bin ich nicht klein zu kriegen. Auf Wiedersehen. Williamson hatte es nun schwarz auf weiß, dass er geistig gesund war. Das endete nichts an dem Umstand, dass er für die Leute in Tabora und Umgebung der verrückte Kanadier war und blieb. Nun, er scherte sich nicht darum. Das Gerede interessierte ihn nicht und auf eine gewisse Weise hatten die Leute ja recht. Krank, elend, abgerissen, wie Williamson war, machte er alles andere als den Eindruck eines normalen Menschen. Schlimmer als das Gerede war die Tatsache, dass er kein Geld mehr hatte und auch nicht mehr die Möglichkeit, neues Geld aufzutreiben und das zu einer Zeit, da er mehr denn je davon überzeugt war, vor dem Erfolg zu stehen. Er besah sich seine Ausrüstung. Ein Teil davon war unentbehrlich. Der andere Teil aber... Womit kann ich dienen, Branner? Hier, sieh dir mal dieses Gewehr an. Was ist es dir wert? Du willst verkaufen, Branner? Ja, das Gewehr hier. Ein Fernglas, ein Primuskocher, ein Mikroskop, ein Zelt und ein Flachsack. Dazu dann noch ein paar Kleinigkeiten. Also, mit dem Gewehr fangen wir an. Was bietest du? Für das Gewehr, Branner, ich bin nur ein armer Neger. Zehn Pfund. Ach, du weißt genau, dass die Waffe hundert Pfund wert ist. Na, sieh sie dir an. Ja, sie ist kaum gebraucht. Fünfzig Pfund und sie gehört dir. Ah, zwanzig Pfund, Branner. Vierzig. Dreißig, Branner. Ach, hol ich den Teufel dabei. Gut, ich nehme die dreißig. So, jetzt zum Fernglas. Als es neu war, habe ich dreißig Pfund dafür bezahlt. Ah, fünf Pfund, Branner. Fünfzehn. Als Williamson wieder aufbrach, besaß er nur noch das Notwendigste. Aber dafür Proviant sowie Benzin und Öl für den Wagen. Doch auch diese Expedition endete mit einem Misserfolg. Als Williamson nach drei Monaten wieder in Tabora einfuhr, zweifelte er selbst an der Richtigkeit seiner Theorie. Nicht einen einzigen Diamanten hatte er gefunden. Er war bereit, aufzugeben. Doch nun geschah etwas, was seinen alten Glauben wiederherstellte. Der Unterhändler aus Kimberley war wieder da. Reiner Zufall, dass es mich hierher in diese Gänge verschlägt. Na, aber da ich nun mal hier bin, freut mich, Sie wiederzusehen, Williamson. Ziemlich einseitig, diese Freude. Ach, immer noch der alte Dickkopf. Kommen Sie, ich lade Sie zum Whisky ein. Geben Sie sich gerne Mühe. Am Whisky unter alten Freunden... Nicht einmal das. Der Arzt hat mir das Trinken verboten, die Leber ist angegriffen. Ach, Malaria? Unter anderem. Also, was wollen Sie? Ich sage doch, es ist reiner Zufall. Für wie dumm halten Sie mich eigentlich? Ihr Angebot? Immer noch das alte. Einen Direktorenposten in Kimberley. Ich bin hier bis über die Ohren verschuldet. Ist uns bekannt. Die Gesellschaft übernimmt alle Ihre Verpflichtungen, wenn Sie einschlagen. 5.000 Pfund? Der Scheck ist ausgefüllt. Ich brauche nur noch zu unterschreiben. Mit anderen Worten, die Gesellschaft erwartet von mir, dass ich das reichste Diamantenfeld der Welt für 5.000 Pfund und einen Direktorenstuhl verkaufe? Ach, stecken Sie Ihr Scheckbuch ein. Ich bin nicht käuflich. Williamson, das ist unser letztes Angebot. Ist nicht endlich an der Zeit, dass Sie zur Vernunft kommen? Seit vier Jahren schon suchen Sie hier nach Diamanten. Nun, haben Sie sie gefunden? Bis jetzt nicht. Sie machen sich doch zum Gespött der Leute. Wissen Sie überhaupt, wie man sie nennt? Der verrückte Kanadier. Sie sagen mir nichts Neues. Es hat doch keinen Sinn, dass Sie so weitermachen. Sie sind doch am Ende, Williamson, in jeder Beziehung. Materiell wie gesundheitlich. Also schlagen Sie ein und kommen Sie zurück nach Kimberley. Kein Interesse. Richten Sie das aus. Der Unterhändler reiste unverrichteter Dinge ab. Williamson machte sich daran, eine neue Expedition auszurüsten. Die wie vielte? Er hatte aufgehört zu zählen. Vielleicht war es die 13., vielleicht auch schon die 15. Zu diesem Zeitpunkt betrug seine Barschaft ganze 13 Pfund. Er verzichtete darauf, Proviant zu kaufen. Benzin und Öl waren wichtiger. Da schlugen seine Widersacher zu. Wer sie waren, darüber konnte Williamson nur Vermutungen anstellen. Der Polizeichef jedenfalls war nur ein Werkzeug. Ein kleiner Beamter, der ausführte, was ihm aufgetragen wurde. Schätze, daraus wird nichts, Williamson. Ach, Sie sind Sergeant. Steigen Sie aus, Williamson. Der Wagen ist vorläufig beschlagnahmt. Wie? Beschlagnahmt? Warum denn? Tja, zur Sicherstellung Ihrer Schulden. Mr. Russell hat einen Gerichtsbeschluss erwirkt. Hier, überzeugen Sie sich von seiner Richtigkeit. Soll versteigert werden? So ist es. Aber das ist doch Wahnsinn. Der alte Schlitten, der bringt im Höchstfall 80 Pfund. Da haben Sie schon reichlich hochgegriffen. Und was mache ich ohne Wagen? Tja, das ist Ihre Sache. Nun hören Sie mich mal an, Sergeant. Ich schulde Mr. Russell 5.000 Pfund. Ich bin bereit, Sie ihm mit einem Aufschlag von 100% zurückzuzahlen, sobald ich die Diamanten gefunden habe. Welches Interesse kann er daran haben, mir den Wagen zu pfänden? Das ist doch gegen jede Vernunft. Ich nehme an, Mr. Russell wird seine Gründe haben. Sonst hätte er diesen Gerichtsbeschluss ja nicht erwirkt. Zahlen Sie doch die 5.000 Pfund zurück und der Wagen gehört wieder Ihnen. Alle Welt weiß, dass ich diese 5.000 Pfund nicht habe. Sorry, Williamson. Ja, dann kommt der Wagen eben unter den Hammer. Steigen Sie aus und lassen Sie einen Schlüssel stecken. John Williamson war geschlagen. Ohne seinen Wagen war er hilflos. Er versuchte Mr. Russell umzustimmen, aber schon in der Halle wurde er von einem Clark abgefangen. Wohin, Mr. Williamson? Zu Mr. Russell. Melden Sie mich an. Sorry, Mr. Williamson. Ich habe strikte Anweisungen, Sie nicht vorzulassen. Aber ich muss Mr. Russell sprechen. Es ist wichtig. Mr. Russell legt keinen Wert darauf, Sie wiederzusehen. Es sei denn, Sie bringen ihm die 5.000 Pfund, die Sie der Bank schuldig sind. Bringen Sie sie? Nein. Dann ist es besser, Sie machen die Tür von draußen zu, Mr. Williamson. Sie sind hier unerwünscht. Damit hätte Williamsons Traum von dem reichsten Diamantenfeld mit der Welt zu Ende sein können, wenn er nicht der verrückte Kanadier gewesen wäre. Williamson griff zu einem verzweifelten Mittel und als er das tat, war er sich darüber im Klaren, dass er entweder mit einer Erfolgsmeldung zurückkehren durfte oder überhaupt nicht. Der Tabora-Monitor vermerkte, Williamson wegen Autodiebstahl gesucht. Wie wir von der Polizei soeben erfahren, hat John Williamson, besser bekannt als der verrückte Kanadier, einen im Hof des Polizeigebäudes abgestellten Wagen entwendet und ist damit in die Richtung des Viktoriasees geflohen. Das entwendete Fahrzeug stammt aus Williamsons eigenem Besitz. Vor drei Tagen wurde es gepfändet und sichergestellt. Der Diebstahl wurde in der Nacht begangen. Die Vermutung liegt nahe, dass Williamson den Wagen kurzgeschlossen hat. Die Vermutung stimmte. Williamson hatte den Wagen tatsächlich kurzgeschlossen. Und nun war er damit wieder unterwegs zum Wüstendistrikt südlich vom Viktoriasee. Diesmal wollte er die Entscheidung herbeizwingen, auf Biegen oder Brechen. Entweder er fand die Diamanten oder er kam in der Wüste um. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Für Williamson stand es fest, dass er nicht ins Gefängnis gehen würde. In der Wüste überraschte ihn die Regenzeit. Eines Tages kippte Williamson um. Schwarzwasserfieber. Die jahrelang verschleppte Malaria präsentierte ihre Rechnung. Es war ein Wunder, dass er die Krise überstand. Als er aus der Bewusstlosigkeit aufwachte, war er längst noch nicht außer Gefahr. Er war krank und schwach und bis auf die Knochen nass. Sein Proviant war aufgebraucht und er besaß nicht einmal ein Gewehr, um sich mit Fleisch zu versorgen. Williamson war sich darüber klar, dass er seinen Lagerplatz wechseln musste, wenn er mit dem Leben davon kommen wollte. Er musste hinüber zu den Felsen. Dort gab es Höhlen. Der Wagen saß fest. Er rührte sich nicht von der Stelle. Je öfter es Williamson versuchte, desto tiefer wühlten sich die Räder in den aufgeweichten Boden. Schließlich gab er es auf. Er stieg aus und besaß sich die Bescherung. Verdammte Schweinerei. Bis an die Achsen saß der Wagen im Dreck. Da konnte nur noch der Spaten helfen. Williamson verschnaufte, dann machte er sich ans Werk. Der Spaten stieß auf einen Stein. Williamson bückte sich. Gütiger Himmel. Zehn Tage später rollte Williamsons schlammbedeckter Wagen in Tabora ein. Sein erster Gang führte ihn in die Bank zu Mr. Russell. Williamson. Sie? John Williamson, der verrückte Kanadier. Ja. Dürfte ich Sie um eine Zigarette bitten, Mr. Russell? Ich habe schon ganz vergessen, wie eine schmeckt. Also sofort verlassen Sie diesen Raum, Williamson. Zwischen uns gibt es nichts mehr zu besprechen. Gar nichts. Sie irren, Mr. Russell. Da. Was sagen Sie denn jetzt? Was ist denn das? Rohdiamanten, Mr. Russell. Rohdiamanten, mit denen ich, wenn ich will, Ihre ganze verdammte Bank aufkaufen kann? Und das ist nur der Anfang. Der Rest ist unten im Wagen geblieben. Drei Bierflaschen, bis an den Hals gefüllt mit Diamanten. Na, behalten Sie das Zeug hier. Damit sind wir dann, denke ich, mehr als quitt. Sie haben das Diamantenfeld gefunden? Ja, wie ich es Ihnen versprochen hatte, Mr. Russell. Aber Sie haben ja zuletzt auch zu denen gehört, die mich am liebsten in einer Zwangsjacke gesehen hätten. Williamson, wo wollen Sie denn hin? Ins Hotel. Mich waschen und schlafen. Aber doch nicht ins Hotel. Sie sind selbstverständlich mein Gast. Ich ziehe das Hotel vor. Und wann darf ich Sie zum Essen erwarten? Ach, gar nicht, Mr. Russell. Aber Sie dürfen dafür sorgen, dass die Pfändung meines Wagens aufgehoben wird. Ja, ich denke, das ist dann alles. Sechs Monate hatte Williamson ursprünglich für die Suche veranschlagt. Vier Jahre hatte er gebraucht. Es war das Jahr 1940, als er fündig wurde und das war sein Glück. Der Run blieb aus. Europas Abenteurer waren anderweitig beschäftigt. In Ruhe konnte Williamson seinen Bezirk abstecken und registrieren lassen. Er nannte sein Unternehmen Williamson's Diamonds Limited. Als der Krieg vorüber war, hatte sich die Wüste nahe südlich vom Viktoria-See beträchtlich verwandelt. Eine blühende Stadt war dort entstanden die Residenz des Mannes, den man früher den verrückten Kanadier genannt hatte und den man nun den Diamantenkönig nannte. In einem Zeitungsbericht, der in diesen Jahren geschrieben wurde, heißt es, In diesem Imperium bei Mwadui arbeiten 2600 Afrikaner, 110 Europäer und 60 Inder. Williamson ist ein vorbildlicher Arbeitgeber, der Spitzengehälter zahlt bei freier Verpflegung und kostenloser Kleidung. Seine Angestellten wohnen in modernen Wohnungen mit Klimaanlage. Club-Lokale, Schwimmbäder und Kinos dürfen unentgeltlich benutzt werden. Bezeichnend für den Geist, der auf diesem reichsten Diamantenfeld der Welt herrscht, ist der Umstand, dass auch die farbigen Arbeiter ihre Familien nachkommen lassen dürfen. Im Gegensatz zu Südafrika werden in Mwadui hauptsächlich großkarätige Steine von auserlesener Schönheit gewonnen. Die Diamanten lagern fast an der Oberfläche, 10, 20, 30 Zentimeter tief. Während in Kimberley im Durchschnitt aus 100 Kubikmeter Erde 6 bis 8 Karat gewonnen werden, sind es in Mwadui rund 250 bis 300 Karat. War Williamson wirklich auf das legendäre Diamantenfeld der Königin von Saba gestoßen? Er selbst war davon überzeugt und behauptete es bis zuletzt. Ein wissenschaftlicher Beweis ist nie geführt worden. Es gab keine Vergleichsmöglichkeiten mehr. Niemand weiß, wo die Diamanten der Königin von Saba geblieben sind. Nur eins stand fest. Williamson und sein Imperium waren über Nacht zu einer Weltmacht geworden. Das Preisgefüge der Diamond Corporation brach wie ein Kartenhaus zusammen. Williamson unterbot alle Preise. Wieder machte sich von Kimberley ein Unterhändler auf den Weg. Nun, wollen Sie mir wieder einen Direktionsposten an Kimberley anbieten? Sir, ich bin hier, um Ihnen ein Angebot zu unterbreiten. Da kommen Sie schon zur Sache. Ich soll Ihnen vorschlagen, Mitglied des Syndikats zu werden und sich unserem Preisgefüge anzupassen. Abgelehnt. In diesem Fall bin ich befugt, Ihnen das ganze Gelände hier für zwei Millionen Pfund abzukaufen. Abgelehnt. 20 Millionen. Abgelehnt. Sie vergeuden nur Ihre Zeit. Hier bin ich und hier bleibe ich. Und was die Preise angeht, ich verkaufe zu meinen Preisen. Sir, Sie lassen sich in einen harten Kampf ein. Kein Kampf kann so hart sein wie der, der hinter mir liegt. Richten Sie das Ihren Auftraggebern aus. Der verrückte Kanadier fürchtet sich nicht. John Williamson, Sohn eines kanadischen Holzfällers, gewann auch diese Auseinandersetzung. Als er am 7. Januar 1958 starb, hinterließ er der Welt ein Industrieimperium, das ohne Beispiel ist. Sie hörten die Diamantensaga von Nikolai von Michalewski. Mit Heinz Dunkhase, Günter Witte, Johannes Müller, Kurt Zielke, Jens Scholkmann, Hans Tügel, Gudrun Daube und viele andere. Regie, Günter Siebert, Produktion, Radio Bremen 1967. 1967. 60.